Ich bin 4 Sekunden hinter mir 5 4 5 5 6 5 5 6 9 10 10 10 11 13 14 15 15 15 15 15 15 16 19 20 20 noch mal was geschrieben ja ja boss muss wieder übertreiben wüsste ja 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 ist das wie meine schon da nähne wo es jetzt wie man eigentlich das auch noch nicht da ne denkt er schon durch du denkst du dran den grünen nicht den roten jetzt da braucht es könnte noch zwei pfeile sein so schon kann er jederzeit der streamer ok gut let's fitz ich will aus der party raus wir hören uns später ja jup egal nicht klappt dran so k jup 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 Vielen Dank. bleibt mal wenn es geht hinten so was haben wir noch abstand kann man gasen na ja hat er Qualisperren vielleicht wer? Ross oder? So. 6 killer ich komme in 3 2 1 1 2 2 4 5 5 6 5 6 7 7 9 Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Zum Glück war das kein Einschlag. Ah, da ist Mole. Boss ist mit Medium draußen. Ja, ja. Ja, mister 007, ne? Ah, da hat mich grad einen Drehmeter. Die Runde ist auch versaut. Na, fuck. Ja, da hat mich grad einen Drehmeter. Jetzt habe ich ein richtig blödes Fenster hier. Da ist Mole. Da ist Mole. Dirk, dir geht's wohl zu gut, wa? Ja. Jetzt wird's wohl zu gut, wa? Ja. Er meint Dirk. Das war's. Ja, das war's. John. John, bleib bitte in, wenn du kein hoffentlich hoffener Dings bist. Mein Gott. Ich hab schon so viel Abstand zum Mondchen gelassen. Ah, das ist Maya. Ah, das ist Maya. Gegen Mondchen. Ja, oh. Da kann man ja ne Runde vergessen. Mann, ich schaff nicht noch ne Runde, oder? Oder doch? Uff. 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 Mann, ich war purple unterwegs. Fick dich doch. Uff. 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 Eine Runde habe ich noch. Eine Runde habe ich noch. So, jetzt Konzentration. Uff. 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 Okay. Okay. Oh. Mann. Shit. Das Schmiener Hotze. Ich will es nicht wissen. Ich will es nicht wissen. So, dann weiß ich ja jetzt, dass ich von Platz 1, äh 6 auf Platz 2 vor starten kann, ne? Ist ja nur Porsche vor mir. Und Lexus. Ein Lexus ist ein String, ne. Im Quali ist es scheiße, aber im Rennen ist es okay. Also ich muss ehrlich, ich würde gerne mein Geil, was ich jetzt kriege, weiter ein Krieg für den hier arbeiten gehen. Ist zum Kotzen. Ich hätte vierter sein können. Scheiße. Ah ja. So, ich bin dann, wir starten jetzt 20 Uhr, oder? Ich geh dann erstmal raus. Mann, ich kann kotzen. Ich kann, wenn ich halve, zum Kit aus dem ao einen. Hmm. muss ich gut anfangen jetzt. Vierter sap mich mal an, nimmt jeden Mal an. S�n. Ich glaube jetzt aus. Das kann kotzen. Okay. 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 Vielen Dank. Puh, wird ein anstrengendes Rennen jetzt. Ah, da ist er ja schon. Habt ihr gerade geschrieben? Ich kann kürzen. So, wir haben vier Porsche vor mir. Wenn ich gut bin, bleibe ich vor Boss, um da mit Dürken gefallen zu tun. Und Boss müsste ich vorbeikommen. Ne, ich starte hinter Boss. Scheiße. Man, das ist wirklich ärgerlich. Mal gucken, wann ich ihn höre. So, noch dreht er sich. So, jetzt grübeln. Wie mache ich es am dümmsten? Erstmal gucken, ob ich ihn rückwärts. Okay, das ist ein Kommunikationsfehler. Okay. Ich hoffe, die verkacken den Start und die machen irgendein Bullshit, wo ich mich reinklinken kann, aber raushalten kann. Also, so raushalten kann, dass mir nichts passiert. De facto ist, ich hab... Ah, ich hör dich. Ey, so eine Rotze schon wieder. So eine Rotze. Ich war Purple dritter Sektor unterwegs. Und dann vor mir Mondchen. Und Maya dreht sich weg. Und dann im letzten Runde war ich bis zum letzten Sektor eine halbe Sekunde auf meiner Bestzeit unterwegs. Dann wäre genau die Zeit, die mir jetzt so fehlt. Die halbe Sekunde. Und ich hätte mich in Startreihe 2 reingedrückt wahrscheinlich. Es... Wirklich, ich war... Ich war... Ich war eine halbe Sekunde zu meiner Bestzeit auf Blau. Wenn du jetzt die 500... Wenn du jetzt die halbe Sekunde abziehst, wäre ich tatsächlich direkt hinter dir. So, jetzt habe ich das Problem. Ich habe vier Porsche vor mir. So, egal was ich jetzt mache. Es kann schief gehen. So, ich weiß, Maya ist auf Softs gefahren. Knicker Medium. Luis, John, Medium. Boss, glaube ich auch Medium. Badehose auch Medium. Ich weiß es nicht. Ich würde aber fast sagen, dass es nicht... So, jetzt ist die Frage. Du bist auf... Ich starte von Prinzip hinter Pit. Pit hat die Außenbahn, ne? Habe ich mit 6. Ne, wenn du die Außenbahn hast, habe ich die Innenbahn. Ja, und gerade hat die Innenbahn. Ich bin ja gerade. So. Gucken. Gucken, wegen rückwärts. Du hast... Bleib ruhig. Handbremse. Rückwärtsgang kontrollieren. Traktionskontrolle kontrollieren. Radar an. Sollten wir nicht 20.02 Uhr starten. So, ist kein Rückwärtsgang drin. Pit hat Full Power abgeschossen. Alles dreht sich gerade hinter mir weg. Ich bin Dritter. Krüller Nose, Zweiter. Krüller Nose, weisbar. Okay. map Wärtsgang. Mit mir ist das Wasser. Höng. Oh. Wärtsgang. Oh. ivaat. Oh Mann, fau ist Kevin. So, jetzt kommen langsam in den Floh rein. Mole, ist ein zweiter... Es ist für dich schon wieder perfekt gelaufen und für mich eigentlich auch. So, jetzt muss ich nur hoffen, dass sich Cola noch wegdreht oder einen Fehler macht. Du hast zu mir 5, 4,5 Sekunden Abstand, ne? Und ich habe eine Sekunde zu Horst. Und dahinter ist eine etwas größere Lücke. So. 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 So, ich fange jetzt an, auf Cola noch Druck zu machen. So. 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 Cola noch ist gerade zu langsam. So. 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 weil badehose kommt immer näher ja weil sie mediums wahrscheinlich arbeiten bleiben ich bin auch der meinung dass auf mediums gestartet du bist nur pro hunderte sekunde schneller du bist pro hunde eine sekunde schneller wir fahren gerade so 25 jahrzeiten tiefe ich könnte schneller aber ich komme nicht an cola noch vorbei so Ich hätte gerade gar nichts auf. Tatsächlich. Ich muss trotzdem noch mal, mindestens noch einmal in die Box. Selbst wenn er es versucht durchzufahren. Tötig kann er jetzt, so wie es jetzt ist, noch einen Endstopp kann durchfahren. So Kevin, jetzt hol mal langsam hier auf Cola Now auf und dann fährst du hier ein sauberes rennen, weil er sich weggedreht. Ich verliere zu viel in der ersten Kurve, weil ich zu spät bremsen will. Und dann fährst du wieder. Ich kann Strafe geben. Ne, doch nicht. Doch. So. 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 Ich habe jetzt Badehose soweit aufgehalten. Full Power dran ist. Also unabsichtig aufgehalten. Und da ist die Badehose anfangen zu bekriegen. So. 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 Then mal. So. 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 Okay. So, Badehose hat sich weggedreht in der letzten Runde, weil er noch unbedingt an mir vorbeiziehen wollte, hat sich dann verbremst. Zumindest sah es bei mir so aus. So, jetzt muss ich mal ein bisschen Konstanz reinbringen, Kevin, du wirst Cola Nono kriegen. Hmm. Okay. Er hat sich Full Power vorbeigedrückt, naja. Nicht schlimm. Hmm. 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 Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Das war's für heute. 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 Das habe ich dir danach. Nichts schlimmes. aus bados ist doch auf mediums aus habe ich ja gesagt was macht jetzt ist das nächste mal eine box er macht jetzt den letzten stint wahrscheinlich gehe ich von aus weil er theoretisch will braucht boss nicht mehr in die box dann hat aber scheiße geburt in meinen augen taktik technisch habe ich lieber die zwei jahre in der fünften runde also ich habe 58 sekunden rückstand auf dich ich habe 58 sekunden rückstand auf dich heute könntest du sogar als erste wieder rauskommen john ist jetzt auch in der box jetzt Cola würde ich echt gerne kriegen, dann hätten wir wieder Doppelpodium. Okay, Horst Baderhose holt ihr wahrscheinlich gleich die Schnitzer runter. So schnell wie der jetzt unterwegs ist, der nimmt mir Pro Runde, ich drücke den mit zwei Sekunden auf. Und er ist jetzt auf Softies unterwegs. Purple Sector 1. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute. 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 John hat mich vorbeigelassen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. schade. Da ist doch starten wir los. Aber Sunday where, man... das ist eigentlich ein Donna so schnell wie quasi, war's. Because of Funny überall heute, die man überhaupt ja alles abgetan macht, kann, wenn man das lange hier verletzt hat. Die Mediums meinst du? 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 Muss er ja? Die Mediums meinst du? 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 Oh, oh. Der hat sich viel Zeit verloren hinter mich. Ich habe gerade sechs Sekunden auf dem Boss aufgeholt, dass er schon weggedreht oder so. Oh, oh. 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 Ich lacht doch gar nicht. 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 Scheiße, ich krieg Cola nicht mehr. Scheiße, jetzt wollte ich zu viel. Ich lacht doch gar nicht. 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 Ich lacht doch gar nicht.